zur diesjährigen Wirtschaftspressekonferenz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Mein Name ist Thomas Koch, ich bin der Pressesprecher des Börsenvereins und ich freue mich über alle MedienvertreterInnen, die hier im Saal sind und über alle, die uns über unseren Livestream oder über Facebook mitverfolgen. Schön, dass Sie da sind. Ich darf Ihnen unser Podium heute vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Karin Schmidt-Friederichs. Sie ist die Vorsteherin des Börsenvereins und sie wurde gerade wiedergewählt für eine weitere Amtszeit von drei Jahren. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass Sie da sind. Danke. Und dann begrüße ich einen Newcomer, Peter Kraus vom Cleff. Er ist seit Januar Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, hat also jetzt schon ein halbes Jahr Erfahrung und er ist auch ehemaliger kaufmännischer Geschäftsführer des Rohwald Verlags, also ein Mann der Zahlen, deswegen habe ich da keine Bedenken. Danke, da bin ich hervorragend. Pandemie, Papierkrise, Konsumflaute steht auf diesem Chart hier und das klingt also nicht nach einer Spazierfahrt und das ist es auch nicht. Denn obwohl Bücher im letzten Jahr und auch in der Pandemie insgesamt sehr stark gefragt waren, wird die Branche derzeit durch verschiedene Faktoren stark herausgefordert. und die dramatische Wirtschafts- und Energiekrise und auch insgesamt die unsichere Weltlage beginnt sich so langsam auf dem Buchmarkt auch niederzuschlagen und dazu werden wir heute sprechen. Wir werden uns Zahlen und Einschätzungen angucken zum letzten Jahr und zum ersten Halbjahr 2022. Und wir freuen uns dann auch auf Ihre Fragen, um auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Bevor wir starten, möchte ich noch ein paar kleine Anmerkungen machen. Sie können natürlich Fragen stellen. Wenn Sie hier im Raum sind, können Sie später hier dieses Mikro, das aufgestellt ist, nutzen, um dann nach der Präsentation Ihre Fragen loszuwerden. Für alle, die uns digital zugucken, haben wir unter dem Livestream auf börsenverein.de slash Buchmarkt ein Fragentool eingeblendet. Und über das können Sie ganz einfach Ihre Fragen stellen. Ein kleiner Hinweis, es kommt also ein Feld, das heißt Anmelden, um an Chat teilzunehmen. Das klingt komplizierter, als es ist. Da sollten Sie einfach Ihren Namen, Vornamen, Nachnamen eingeben und auch das Medium, wenn Sie möchten. Und dann sind Sie direkt für den Chat freigeschaltet. Also kein Datenklau und keine komplizierte Anmeldetechnik. Ab 12 Uhr finden Sie dann auf unserer Webseite alle Unterlagen hier zur Wirtschaftspressekonferenz, die Präsentation, die Pressemitteilung und auch eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung. Und wenn Sie sich im Sommer jetzt noch vertieft mit dem Buchmarkt beschäftigen möchten, gibt es im August auch wieder Buch und Buchhandel in Zahlen, unser großes Zahlenwerk, das Sie als JournalistInnen auch kostenlos bei uns bekommen können. So, genug der Vorworte, steigen wir ein. Frau Schmidt-Friederichs, über zwei Jahre liegt jetzt, ja über zwei Jahre Pandemie liegen jetzt hinter uns und im vergangenen Jahr haben wir eigentlich schon gemeldet, dass die Buchbranche ganz gut durch die Pandemie gekommen ist, eigentlich gegen den Trend. Wie ging es denn der Buchbranche im zweiten Pandemiejahr? Auch im zweiten Pandemiejahr ist die Buchbranche gut durch die Pandemie gekommen und das liegt an letztlich drei Faktoren. Das eine ist, dass wir eine unglaublich engagierte Branche sind, dass die mit Leidenschaft an dem arbeitet, was sie tut, daneben innovativ ist und tatsächlich ihre KundInnen liebt und dementsprechend eine Nähe pflegt. Insofern konnte sie den Umsatz sogar leicht jetzt steigern im letzten Jahr. Buchhandlung und Verlage haben eine gewisse Resilienz gezeigt und eine ganz hohe Kreativität. Und was man uns manchmal von außen nicht zutraut, nämlich auch eine ausgeprägte Digitalkompetenz. Meine lieblingspositive Nachricht, bevor ich dann leider doch zum Aber komme, ist, gerade bei den jungen LeserInnen war die Nachfrage nach Büchern groß und wir alle wissen, das ist die Zukunft. Insofern ist das eine wirklich tolle Nachricht. Jetzt kommt aber natürlich das Aber. Da sich das Geschäft ins Netz verlagert hat, gibt es das Geschäft, aber es gibt es zu hohen Handlingskosten. Und damit sind diese Umsätze einfach teuer erkauft. Das Ganze findet in einer ohnehin wahnsinnig margenschwachen Branche statt, was nicht gut ist. Es gibt noch ein Aber. Das ist die Frage, was tut man in Zeiten, wo Buchhandlungen geschlossen sind? Da kaufen die Menschen Zielkäufe, das heißt, sie kaufen die Bestseller, sie kaufen das, was sie kennen und sie stöbern nicht neugierig durch die Buchhandlung und entdecken Unbekanntes. Dementsprechend machen auch die Verlage natürlich eher die sicheren Titel als die neuen Unbekannten. Das ist aber der andere Teil der Zukunft, nämlich neue AutorInnen entdecken. Und das macht mir etwas Sorgen. Das Abseitige, das Mutige, das Innovative kommt in solchen Phasen eher zu kurz. Und das brauchen wir aber für die Zukunft. Wie das im Detail dann aussieht, gucken wir uns nachher noch in Zahlen auch an. Wir werden heute aber auch schon eine Zwischenbilanz, eine erste für das Jahr 2022 ziehen. Peter Kraus von Kleff, wie steht der Buchmarkt denn aktuell da? Es ist so, Thomas, dass die Buchbranche durch die Pandemie geschwächt. Frau Schmidt-Friedig hat es angesprochen, dass die erfreulichen Zuwächse im Online-Geschäft Margen schwächer sind als das, was man stationär erzielen kann. Trifft also unsere Branche durch die Pandemie wirtschaftlich geschwächt auf weitere Krisenfaktoren. Vor allen Dingen ist hier zu nennen der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Unsere Welt ist seit dem 24. Februar 2022 nicht mehr dieselbe. Das erschüttert die Menschen und führt zu einer drastischen Konsumzurückhaltung. Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass diese Konsumzurückhaltung in eine allgemeine Kaufmütigkeit bemündet, die auch sich auf unsere Branche niederschlägt. Daneben setzen steigende Kostenfaktoren unsere Branche unter Druck. Zu nennen seien hier nur die Energiekosten und die Papierkrise. Das ist so, sagen wir mal, in der Nussschale der momentane Standort, den wir haben. Nussschale auf welligem Meer. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal in die Zahlen und beginnen mit dem Jahr 2021. Peter? Also insgesamt, das kann man hier sehen, hat der Buchmarkt die letzten beiden Corona-Jahre gut überstanden. Die von Frau Schmidt-Friedig schon erwähnte Resilienz unserer Branche zeigt sich hier in Zahlen. So konnten wir im letzten Jahr 3,5 Prozent die Umsätze steigern gegenüber 2020. Und was man vielleicht so als normativ nehmen sollte, wenn Sie das vor Corona-Jahr 2019 als Basis nehmen, liegen die Umsätze 2022 um 3,6 Prozent über denen, die wir 2019 vor Ausbruch der Pandemie hatten. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Trotzdem hat die Corona-Krise große Auswirkungen. Das sehen Sie hier an dem Kuchendiagramm. Vor allem der stationäre Sortimentsbuchhandel hat stark gelitten, da die Lockdown-Phase in 2021 noch deutlich länger werte als diese in 2020. Damit Sie das so einordnen können, 2020 gab es 6 bis 7 Wochen Lockdown und 2021 zwischen 9 und 13 Wochen, je nach Bundesland. Außerdem sehen wir einen starken Rückgang der Kundinnenfrequenzen in den Innenstädten. Das wird sich, wenn wir über 22 reden, noch verstärkt niederschlagen. Und der stationäre Handel hat hier eben sehr stark, was den stationären Verkauf angeht, eingebüßt. So lag der Umsatzanteil des stationären Buchhandels im letzten Jahr nur noch bei 39,1 Prozent von Gesamt. Das ist, wenn Sie das wieder mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 vergleichen, ein deutlicher Rückgang, denn dort lag der Umsatzanteil bei 46,2 Prozent. Mit hin hat also unser stationärer Handel 12,3 Prozentpunkte Umsatzanteil verloren. Das ging zwar, das sehen wir gleich, konnte kompensiert werden durch einen enormen Anstieg des Online-Geschäfts. Das aber, kann man nur noch mal betonen, eine andere Marge hat, weil die Handlingkosten sehr hoch sind. Was wir uns aber freuen können, wenn wir zum nächsten Chart gehen, also man sieht hier den Internetbuchhandel, Was Sie hier vor allen Dingen mitnehmen können, ist, dass die Findigkeit, digitale Kompetenz und Innovationsbereitschaft unserer Branche dazu führte, dass wir von 2019 auf 2021 um 43,7 Prozent Umsatzzuwächse im Online-Geschäft hatten. Das ist, wenn Sie das mit Amazon vergleichen, die im gleichen Zeitraum 18,4 Prozent Umsatzzuwächse hatten, enorm. Das heißt, wir haben es hier geschafft, unsere Branche hat es geschafft, dass fast hälftig der Online-Umsatz mit Büchern von stationären Handel und von Buchhandlungen gemacht wurden. Und das ist eine erfreuliche Zahl, die zeigt, dass Kundinnen kapiert haben, dass sie bei ihrem Lieblingsbuchhändler, ihrer Lieblingsbuchhändlerin durchaus auch online bestellen können. Das tun sie auch. Was uns Sorgen macht, und das knüpft an das unmittelbar an, was die Vorsteherin gesagt hat, ist eine Entwicklung, die zu mehr Bestseller-Konzentration führt, weil Online-Käufe, meine Damen und Herren, sind Zielkäufe. Ich vermisse das Stöbern, das Entdecken, was man Serendivität nennt, also eine Empfehlung meiner Buchhändlerin bekommen oder beim Laden flanierend durch Streifen etwas aus dem Regal ziehen. Sie sehen also, dass gerade in der Belletristik die Umsatzkonzentration zugenommen hat, 39,3 % des gesamten Belletristik-Umsatzes wurde mit den Top-10-Titeln gemacht. Insgesamt liegt der Anteil der Top-Titel bei 23,6 % vom Gesamtumsatz. Und Sie sehen hier den kleinen schwarzen Minusbalken, 3 %. Das heißt, in der Breite ist der Umsatz gesunken für die einzelnen Titel. Die E-Book-Entwicklung verlief eigentlich unspektakulär. Wir können feststellen, dass der Wachstumsbunen der ersten Jahre vorbei ist. Der E-Book-Markt lebt weitestgehend von einer Kernkundschaft. 2021 lag der E-Book-Umsatzanteil an gesamt bei 5,7 %. Das ist noch mal ein Zuwachs von moderaten 3,2 % gegenüber 2020. Und Sie haben gesehen, im ersten Lockdown-Jahr war ein 16-prozentiger Anstieg der E-Books zu sehen. Wir können feststellen, dass die Kaufintensität der etablierten E-Book-Kundinnen und Kunden gestiegen ist, aber keine große Kundschaft hinzugewunden werden konnte. Und was vielleicht weltweit einmalig ist, dass wir hier kein Angebotsmonopol haben von E-Books, sondern dass es auch andere Anbieter gibt, neben Amazon, die eine große Rolle im E-Book-Markt spielen. Wie entwickeln sich digitale Buchformate von 2019 bis 2021? E-Books-Downloads steigen weiter an, aber in einem moderaten Anstieg. Was wir hier aber sehen müssen, ist, dass der Hörbuch-Download-Markt sehr stark wächst. So war der Zuwachs von 20 auf 21 bei 20 % und auch das Abo-Geschäft steigt, sowohl bei E-Books als auch bei Hörbüchern. Wir sollten allerdings, wenn Sie sich die Umsatzzahlen anschauen und die Gesamtmarktgröße auch konstatieren, dass das hier ein Wachstumsfeld ist, aber immer noch ein Bereich, der zeigt, dass das Gros unseres Geschäfts mit gedruckten Büchern gemacht wird. Also weder E-Books noch Hörbücher haben bisher hier einen signifikanten Shift ergeben. Das soweit aus meiner Sicht erst mal. Vielen Dank, Peter. Es ist schon angeklungen, dass der Markt auch gestiegen ist, weil die bestehenden KäuferInnen ihre Nutzung intensiviert haben, aber nicht viele dazugekommen ist. Das wollen wir uns jetzt noch mal genauer angucken. Frau Schmidt-Friedrichs, wie hat sich denn die Zahl der KäuferInnen und auch die Zusammensetzung weiterentwickelt? Ja, auch hier gibt es wieder schlechte und gute Nachrichten. In den ganzen letzten Jahren haben wir mit einer Ausnahme einen gewissen KäuferInnen schon zu beklagen. Das liegt sicher auch daran, dass es einfach sehr viele andere schöne Freizeitbeschäftigungen gibt, auch wenn das Lesen immer noch die schönste ist. Wenn man es in einem Satz zusammenfassen möchte, dann können wir konstatieren, weniger Menschen lesen mehr Bücher. Also die bestehenden Kunden, wer zum Buch gefunden hat, bleibt ihm treu, bleibt da. Die Volatilen sind schwer zu fassen und schwer zu halten. Diejenigen, die Bücher kaufen und sie dann hoffentlich auch lesen, geben im Schnitt aber auch mehr Geld für die Bücher aus. Und das liegt auch daran, dass sie qualitätsbewusst zu teureren Büchern greifen. Hier sehen Sie es noch mal aufgeteilt in die VielkäuferInnen und die WenigkäuferInnen. Und da sehen Sie unten dieser Balken, der bleibt einfach. Das sind unsere quasi Fanbase, würde man wahrscheinlich im Fußball sagen. Die wissen, was Lesen bedeutet und die bleiben eben exakt gleich. Und weiter oben turnt es ein Stückchen rum. Der Verlust ist im Moment unter den Wenigkäufern am größten. Das ist aber auch klar, wenn es komplizierter ist, an Bücher zu kommen und ich ohnehin nicht so ein Fan bin, dann strenge ich mich dafür halt nicht so an. Jetzt kommt wieder eine gute Nachricht. Sie sehen, ich bin sehr zukunfts- und jugendaffin. Das wirklich Tolle ist, dass die jungen Zielgruppen das Buch intensiv nutzen. Und das sollte man bei dem Wort Digital Natives ja erstmal nicht denken, tun sie aber. Und die Ausgaben der jungen BuchkäuferInnen wuchsen sogar 21 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr, also das, was wir immer rückwärts vergleichen, nämlich 2019, deutlich. Und auch die Kaufintensität. Also die haben, wenn man dann von Schnittwerten spricht, damals 6,8 Bücher im Jahr 2019 gekauft und in 21 8,0. Das ist schon eine ordentliche Steigerung. Das heißt, sie haben neben Homeschooling einfach gelesen. Sie als Verlegerin wissen ja selbst, wie es auch im letzten Jahr mit den Verlagen lief, aus erster Hand. Welche Bücher haben sich denn 2021 besonders gut verkauft und wie hat sich die Titelproduktion im letzten Jahr entwickelt? Auch das ist erstmal nicht verwunderlich. Die größten Zuwächse verzeichnete die Belletristik. Das ist einfach, wenn alles andere schwierig ist, wunderbar in belletristische Titel abzutauchen. Die sind mit über 30 Prozent, 31,9 Prozent weiter die wichtigste Warengruppe und sind eben deutlich gewachsen, 5,7 Prozent mehr. Das ist aber, wie wir es eben schon hatten, das ist Bestseller getrieben. Also das muss, das ist, es gibt zu jeder dieser Nachrichten, wir haben heute eine Ja-Aber-Pressekonferenz. Das ist wieder das Aber. Wieder eine sehr gute Nachricht. Das Kinder- und Jugendbuch hat zugelegt mit plus 4,4 Prozent. Das hatte ich eben auch schon gesagt. Die Kinder und Jugendlichen wissen das Buch zu schätzen und das ist zukunftsrelevant. Was mich persönlich wahnsinnig freut und was ich vielleicht ein ganz klein bisschen auch dem ersten deutschen Sachbuchpreis zuschreibe oder versuche zuzuschreiben, ist, dass das Sachbuch mit plus 3,0 Prozent gewachsen ist. Das liegt aber sicher auch an der Tatsache, dass wenn die Welt kompliziert ist und ich sie mir erklären will, dann kaufe ich ein Sachbuch, um es zu verstehen. Sinnvollerweise zumindest. Und dementsprechend ist auch das Ratgebersegment immerhin um 0,5 Prozent gewachsen. Und die Reisebücher, auch das überrascht nicht, wer nicht reisen kann, kauft auch keine Reisebücher. Und das haben wir, wir erinnern uns von Anfang einem Jahr, da sind die schon mal drastisch runtergegangen und jetzt eben auch nicht etwa rauf, sondern nochmal ein bisschen runter. Und da ist dieses kleine Minus, sieht wenig aus, aber wenn man sich das große Minus vorher addiert, dann ist das schon dramatisch. Das hat natürlich letztlich Folgen alles für die Titelproduktion, weil Verlegen kommt ja von Vorlegen und ich investiere in die Hoffnung. Die Titelproduktion geht seit Jahren kontinuierlich runter, aber jetzt hat sie eben wirklich einen deutlicheren Knick nach unten gemacht. Das ist zum einen im Wissenschaftsbereich, da sind wir relativ sicher, dass das Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz uns nicht genutzt, sondern geschadet hat. Das ist wirklich dramatisch, wenn Sie sich anschauen, dass die Informatik und Informationswissenschaft, also wirklich die Zukunftswissenschaft, minus 21,9 Prozent verzeichnet. Naturwissenschaft und Mathematik, also die Menschen, die uns zum logischen Denken animieren, mit minus 17 Prozent. Sprache, was in Zeiten von Fake News und ähnlichen Dingen auch sehr wichtig ist, 12,3 minus. Geschichte und Geografie 11,7 minus. Also das sind dramatische Zahlen. Es gibt auch weniger Kinder- und Jugendbücher, da kommt wieder das, Bestseller-orientiert und stärkenorientiert dazu. Und weshalb ich auf dieser Vielfalt so rumhacke, häufig gehen eben die unbekannten und neuen Autoren dabei leer aus und die brauchen wir aber, denn das sind die Topseller von morgen eventuell. Also das mutige Innovative kommt zu kurz. Und bei den Übersetzungen passiert letztlich genau das Gleiche. Also die Kurven können wir übereinander legen. Das hat sicher auch mit den ausgefallenen Buchmessen oder reduzierten Buchmessen zu tun, weil wo treffen denn Lizenzmenschen aufeinander, wenn nicht auf einer Messe? Es gibt eine kleine, einen kleinen Ausreißer. Das ist die Tatsache, dass Japanisch inzwischen auf dem zweiten Platz der Herkunftssprachen liegt und da sehen Sie wirklich in Zahlen wieder gespiegelt den Comic- und Manga-Trend. Und beim Lizenzverkauf ins Ausland, der ist ein bisschen angestiegen. Das ist eine super gute Nachricht. Da ist das Kinder- und Jugendbuch um 10,8 Prozent gestiegen. Also das heißt, unsere guten Erfahrungen, dass die Jugendlichen und Kinder lesen, scheinen wir gut exportieren zu können. Und die Belletristik auch wieder, unsere Stärke scheinen wir auch wieder gut ins Ausland exportieren zu können mit knapp 10 Prozent. Hier nochmal, wir brauchen Buchmessen, um uns zu treffen. Denn nur, wo Menschen einander treffen, begeistern sie sich auch wechselseitig für Inhalte. Hier kann man vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, dass die Kolleginnen und Kollegen der Buchmesse eine große Nachfrage verspüren nach dem Kauf oder der Anmiete von Tischen im Foreign Rights Center, dass hier ein großer Bedarf ist nach Begegnung. Denn es ist doch leichter, ich habe das selber schon mal mitgemacht, vor Ort Rechte zu verhandeln, die Menschen wiederzusehen oder neu zu sehen, um Auslandslizenzgeschäfte abzuwickeln. Das ist eine gute Botschaft. Das spricht aber auch genau, wie Sie sagen, dafür, dass man die Messen dringend als Begegnungsort braucht. Ja, vielen Dank. Das war nun 2021. Inzwischen liegen jetzt die ersten sechs Monate auch von 2022 hinter uns. Und Peter, du hast zum Anfang auch schon gesagt, dass sich die aktuelle Weltlage und auch die wirtschaftlichen Krisen auf dem Buchmarkt auszuwirken scheinen. Was passiert da aktuell genau auf dem Markt und wie wirkt sich das auf die Halbjahresbilanz aus? Also wir haben eigentlich einen ganz guten Start in das Jahr 2022 hingelegt. Dann kam der völkerrechtswidrige Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Und wir sehen, dass die Frequenz in den Innenstädten längst nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht hat. Wenn Sie die HDE-Zahlen nehmen, dann ist der Frequenzrückgang im Mai 2022 im Vergleich zum Vor-Corona-Mai 2019 um 20 Prozent gesunken für alles, was Non-Food ist. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, dass heute noch viele Menschen ortsunabhängig arbeiten und demzufolge auch nicht mehr in ihre Büros gehen, damit in die Innenstädte kommen und damit in der Mittagspause flanieren, einkaufen, Besorgung machen. Die Verbraucherstimmung, das müssen wir uns bewusst machen, ist auf einem historischen Tiefpunkt. Seit man das Verbraucherklima misst, das macht die GfK, hat es noch nie einen so schlechten Konsumwert gegeben. Und das heißt, die Menschen spüren eine große Unsicherheit, Inflationsangst. Was mache ich mit meinem Ersparten? Wie spare ich für den Winter an? Und das schlägt sich natürlich in Kauf zur Rückhaltung nieder, die jetzt zum ersten Mal auch wirklich uns betrifft. In Bezug auf unsere Branche eher selbst ist es so, dass wir signifikante Preisanstiege haben, die alle Verbraucherinnen und Verbraucher trifft. Energiekosten, Kraftstoffkosten, Rohstoffe aller Art, aber auch Personalkosten. Es gibt einen enormen Fachkräftemangel, was man an aller Orten sieht, in der Logistik, aber auch in der Nachbesetzung von Stellen auf Messen. Das ist schwierig. Und unsere Branche ist ja sehr logistikintensiv. Sie wissen, wir haben eigentlich die beste Logistik weltweit, die die Käuferinnen und Käufer genießen können. Die ist aber auch eben Rohstoff- und Kraftstoffverbrauchend. Wir haben, und das ist auch besorgniserregend, einen starken Anstieg der Druckkosten. Da können wir Ihnen gleich noch ein paar Details zu sagen. Das ist nach Jahren der im Grunde flachen Kostenentwicklung jetzt ein signifikanter Anstieg. Und vor allen Dingen stand heute schon in der Welt, Papierpreise und überhaupt Papiermaterialknappheit machen uns sehr zu schaffen. Wenn wir das ein bisschen näher ansehen, jetzt sehen Sie einen Chart, das etwas erklärungsbedürftig ist. Das ist die für uns interessantere Linie. Für die Kolleginnen und Kollegen aus den Zeitungs- und Zeitschriftenhäusern ist sicher auch die schwarze Linie interessant. Aber für uns Buchmenschen vor allen Dingen die rote Linie, das ist die Entwicklung der Druckkosten von Büchern, gemessen am Verbraucherpreisindex. Hier sehen Sie, dass von 20 bis 21 im Grunde das stagnativ war. Es gab 0,1 Prozent. Also im Grunde sind die Druckkosten seit Januar 2019 stabil. Das hat auch mit Innovationsfortschritten, mit Kostendegressionen zu tun. Und dann setzt der Januar, Februar einen Fachkräftemangel und vor allen Dingen Anstieg. Es ist eine energieintensive Branche mit vielen Einsatz- und Betriebsstoffen, die man braucht. Und hier sehen wir, das sind immer Werte zum Vorjahresmonat. Das heißt, die Druckkosten 2022 sind um 21,1 Prozent, liegen die über denen des Vorjahres. Das heißt, die Branche hat, ohne dass hier Preistreiberei der Druckereien gemacht werden, das muss ich auch ganz klar sagen, hat einfach durch externe Faktoren einen enormen Kostenanstieg bei den Druckkosten. Noch krasser ist die Entwicklung bei den Papierpreisen. Hier sehen Sie, dass die Papierpreise für uns interessant ist, vor allen Dingen der Bereich Grafischpapiere, Pappen und Papiere. Die sind von 2020 auf 21 um 12 Prozent gestiegen, aber dann ja dann auch exogener Schock durch den Ukraine-Krieg. Die Preise im Moment für Papiere liegen um 52,3 Prozent, über den der Preise im Mai 2021. Wenn Sie das kombinieren mit den über 20-prozentigen Druckkostenanstiegen, sehen Sie, dass das ein perfekter Sturm ist. Wenn man nach den Gründen fragt, so sind die mannigfaltig für den Papierpreisanstieg. Vielleicht können Sie mitnehmen, dass es zum einen über die Jahre eine sinkende Nachfrage nach grafischen Papieren gab, sodass die Kapazitäten angepasst wurden. Dann der gestiegene Online-Handel, wir haben es schon erwähnt, sorgt dafür, dass enormer Bedarf nach Kartonagen ist. Viele papierherstellende Betriebe haben von grafischen Papieren umgerüstet auf Pappen und Kartons. Und es gibt enorme Rohstoffengpässe, weil Russland und die Ukraine sehr viel Hölzer aus Wäldern, hoffentlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, zugeliefert haben. Und diese Rohstoffe fehlen einfach. Ein letzter Punkt ist, dass es auch eine Knappheit an recyclingfähigen Papieren gibt, was auch mit sinkenden Auflagen, Zeitungsbereich, Beilagen usw. hat. Und diese Sachen zusammenführen eben zu einer sehr unguten Mischung, die diesen unglaublichen Kostenanstieg beim Papier gebracht hat. Wenn Sie sich, Thomas, das war ja deine Frage, wenn Sie sich die Entwicklung im Buchhandel im ersten Halbjahr ansehen, so müssen wir sagen, dass die Halbjahresbilanz ernüchternd ist. Das heißt, wir sind wirklich resilient aus der Pandemie raus, mit einem Zuwachs von 3,5 Prozent zum Ende 2021 auf 20 und 3,6 von 19 auf 21. Aber nun ist das Ergebnis des ersten Halbjahres nicht schön. Vor allen Dingen, wenn wir uns den rechten Balken ansehen, 2022 erstes Halbjahr mit dem Vor-Pandemie-Jahr, erstes Halbjahr 2019 vergleichen, dann sehen Sie, dass wir insgesamt 3 Prozent branchenweit unter den Umsätzen drunter bleiben und vor allen Dingen besorgniserregend, dass der Sortimentsbuchhandel, stationärer Handel mit 11,1 Prozent deutlich im Minus liegt. Vor allen Dingen Mai und Juni haben hier für sehr traurige Zahlen gesorgt, sodass wir unsicher in das zweite Halbjahr gucken. Und erstmals, muss man sagen, erstmals gegenüber den Vor-Corona-Zeiten sorgen die Rahmenbedingungen politisch, weltwirtschaftlich, krisenmäßig dafür, dass wir einen signifikanten Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Ja, vielen Dank. Wie geht es jetzt weiter, ist die große Frage. Frau Schmidt-Friederichs, welche Herausforderungen stellen sich für die Branche und haben Sie auch eine Idee, wie es da weitergeht, wie sich Buchhandlungen und Verlage daraus kämpfen können? Ja, also ich habe keine Kristallkugel und ich, nach dem, was wir gesagt haben, wäre auch jeder überrascht, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die Lösung. Eine Lösung könnte darin liegen, die sehe ich aber im Moment noch nicht ganz. Wie geht das mit den Papierengpässen und den Kostensteigerungen weiter? Das liegt außerhalb unserer Macht. Bei dem Thema Konsumflaute, das liegt vielleicht ein Stückchen mehr in unserer Macht, nämlich, dass wir zu begeistern verstehen, aber wenn niemand in der Stadt ist, dann kann die Buchhandlung alleine vielleicht auch noch nicht begeistern. Was aber ganz wichtig ist, Herbst- und Weihnachtszeit ist Lesezeit und insofern ist das unsere wichtigste Hoffnung. Und damit komme ich auch zu den Chancen. Die Frankfurter Buchmesse ist ja nicht nur Treffpunkt der Branche und Lizenzmenschen, sondern die Frankfurter Buchmesse ist auch ein Kommunikationsanlass und ein Aufmerksamkeitsanlass, nämlich das Gespräch über Bücher zu inspirieren und loszutreten. Und das kann sie ganz sicher, also das ist in unserer Macht und da werden wir auch alles tun, was in unserer Macht steht. Und dann gibt es eine quasi von außen kommende Chance, die, das habe ich ansatzweise auch schon gesagt, je schwieriger die Welt wird und je weniger wir sie verstehen, desto mehr brauchen wir fundierte Inhalte, neue Perspektiven und ehrlich gesagt auch Halt, ob man das dann Me-Time nennt oder auch mal Rückzugszeit, ist mir relativ egal, aber diese Mischung brauchen wir auch als Bildungsmedien und Diskussionsanreger sind Bücher wichtig und da sehe ich tatsächlich eine Chance. Danke. Nicht alles kann die Branche wahrscheinlich komplett aus sich heraus machen. Peter, ist dann auch die Politik gefragt, was wünschen sich denn Buchhandlungen und Verlage jetzt ganz besonders von der Politik? Es ist ja so, dass wir uns bewusst sind und es auch nicht müde werden zu betonen, dass unsere Branche sowohl eine Wirtschafts- als auch eine Kulturbranche ist. Und ich glaube, man kann die Entwicklung sehen, die ein Staat nehmen kann, wenn kein Pluralismus herrscht, wenn nicht unterschiedliche Meinungen eine Rolle spielen können, wenn ich nicht auch mir widerborstig erscheinende Stimmen hören und publizieren kann. Das führt in Autokratie und deswegen wird die Bedeutung von freier Meinungsäußerung und von einer vielfältigen Programmpolitik wichtig. Das vermitteln wir in die Politik, dass wir sagen, wir brauchen hier eine Unterstützung einer in die Krise mit hineingezogenen Branche. Das muss man ja sagen, wir sind ja nicht krisenbehaftet, sondern wir haben exogene Schocks. Ich beneide die Politik ehrlich gesagt nicht um die momentane Gemengelage, weil man ja auch Klimakrisen zu bewältigen hat, aber das Tagesgeschehen ist eben da. Wenn du konkret fragst, wir möchten gerne, dass die Möglichkeit, die die EU-Gesetzgebung nun eingeräumt hat, der ECOFIN, also der Rat der Europäischen Finanzminister, hat zugelassen, dass sieben bestimmte Sparten mit einem signifikant niedrigen Mehrwertsteuersatz belegt werden können bis zu null. Wir fordern daher 0 % Mehrwertsteuer für Bücher und Zeitungen und Erzeugnisse inklusive elektronischer Publikationen bei weiterhin vollem Vorsteuerabzug. Das ist wichtig zu betonen, 0 % Mehrwertsteuer bei weiteren vollem Vorsteuerabzug und dazu hinaus eine strukturelle Förderung bestimmter Maßnahmen für die Branche, für unsere Kultur- und Wirtschaftsbranche. Wir beteiligen uns sehr gerne an einer dringend notwendigen Wiederbelebung der Innenstädte. Wir haben ja dargestellt, dass der 20-prozentige Frequenzrückgang in den Innenstädten dramatisch ist. Wir wollen keine verwaisten Innenstädte. Und ich glaube, dass gerade unsere Branche einen großen Beitrag leisten kann, weil in vielen Orten gerade die Buchhandlung ein sogenannter dritter Ort ist. Ein Ort, den man neben seiner Arbeitsstätte und seiner Heimstätte, die heute ja interessanterweise zusammenliegen, also ist die Frage, ob man noch von drittem Ort sprechen kann, sondern dem zweiten Ort. Wir möchten diese Zentrale, diesen Magnetismus, den ein Buchhandel ausstrahlen kann, nutzen und einbringen. Aber wir brauchen Maßnahmen, die der Deutsche Kulturrat hat das gerade im Zusammenspiel mit anderen Verbänden gefordert. Wir brauchen Maßnahmen zur Wiederbelebung der Innenstädte, weil das auch übrigens ein ökologischer Beitrag ist. Wenn ich vor Ort an mehreren Stellen bestellen kann, dann erspare ich mir einzelteilige Heimlieferungen. Und das ist nochmal der Ansteig des Online-Geschäfts ist sowohl für die Marge nicht gut und ich halte ihn auch ökologisch für fragwürdig, weil sie kleinstteilige Dinge von zig verschiedenen Stationen nach Hause bringen lassen. Oder sind die grafischen Papiere weg? Genau. Auch noch. Das ist unfair, genau. Das wäre also der Punkt. Wir blicken also ungewiss, aber kämpferisch in die Zukunft und nochmal als Kultur und als Wirtschaftsbranche wissen wir, dass wir unglaublich kreativ sein können, findig sein können und ich erlebe immer eine große Identität, Purpose Drivenness von denen, die sich bei uns engagieren. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt-Wiederichs-Peter, für diese geballte Zahlenmacht. Damit haben wir sie jetzt torpediert. Jetzt dürfen Sie gerne Fragen stellen. Das ist jetzt Ihre Gelegenheit. Nachfragen, weitere Fragen. Wie gesagt, hier im Raum melden Sie sich gerne. Wir haben hier ein Mikro an, das Sie dann gehen können. Und für alle, die unser Fragentool nutzen, ich habe auch schon zwei Fragen hier, die ich nachher einstreuen werde, einfach unter unserem Livestream auf der Webseite draufgehen, kurz Namen angeben und auf Anmelden klicken und dann können Sie mir hier direkt auf das Podium Ihre Fragen stellen. Herr Bayer-Gimm von EPD hat sich gemeldet. Starten Sie gerne. Ja, Frau Schmidt-Wiederichs, Sie haben vorhin bei der Titelproduktion, bei den Erstauflagen gesagt, das Urheberrecht, das Neue, habe der Branche eher geschadet als genutzt. Können Sie das bitte erklären? Das Urheberwissensgesellschaftsgesetz. Das Urheberwissensgesellschaftsgesetz. Genau. Ja, lämnt einfach die Neuerscheinung. Aber da müssen Sie mir jetzt helfen, weil Sie auf europäischer Ebene besser sind. Es ist so, dass das Urheberwissensgesellschaftsgesetz kurz gesagt ermöglicht, dass bis zu 15% der Inhalte lizenzfrei zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wenn Sie ein wissenschaftliches Werk nehmen, werden die Kerndinge, die in dem jeweiligen Werk drin sind, ohne Entgelt abgerufen. Das ist für eine mittelständisch geprägte Branche, das sehen wir gerade bei geisteswissenschaftlichen Verlagen, wissenschaftlichen Verlagen, natürlich ein erheblicher Dämpfer. Das war auch eine Enttäuschung, dass es hieß, das Urheberwissensgesellschaftsgesetz soll erst mal nach einer dreijährigen Probephase evaluiert werden. Die Evaluierung sah etwas spärlich aus. Und das führt natürlich dazu, bei rational handelnden Akteuren, ich sage ja immer Kultur- und Wirtschaftsbranche, dass man sich fragt, lohnen sich manche Orchideen-Publikationen noch, wenn ich weiß, dass hier ein Teil der Entgelte fehlen. Das ist signifikant, was wir hier feststellen. 20% Titelrückgang liegt deutlich über dem Durchschnitt. Wenn ich noch ergänzen kann, wir hatten eben genau, weil es hieß, es soll evaluiert werden, auch zusammen mit Media Control, ein Lehrbuchmonitoring aufgesetzt. Und wir haben jetzt eben, das ist bis 2020 gegangen. Und jetzt nur als Beispiel, es ist 2020 der Umsatz mit Lehrbüchern um 8,74% zurückgegangen und der Absatz um 11,35%. Das gibt es jetzt nicht für 2021, weil jetzt ist es entfristet. Da kam uns die Politik leider zuvor. Aber das zeigt also nicht nur in den Neuerscheinungen, sondern auch im Absatz und Umsatz hat das Rückgänge bei Lehrbüchern hervorgerufen. Erlauben Sie mir noch einen Anschlusskommentar. Wir konnten ja darstellen, dass unsere Branche innovativ und digital zugewandt und findig ist. Und wenn wir jetzt an die Digitalisierung der Lehre denken, dann ist der Appell an die Politik, dass Digitalisierung der Lehre nicht bedeutet, dass man die Hardware zur Verfügung stellt und dafür Gelder gibt, Tablets und so weiter, Whiteboards. Und dann denkt, dass die Inhalte, die zur Vermittlung von Wissen auf diesen neuen digitalen Geräten da sind, irgendwie vom Himmel fallen oder dass keiner dafür Geld zahlen muss. Da sind sehr schlaue Konzepte, die sehr ausgefeilt sind, die die Kolleginnen und Kollegen in den Wissenschafts- und Schulbuchverlagen machen, die natürlich auch entsprechend die Leistungen, die dort bracht wird, entsprechend vergolten werden muss. Genau. Damit haben wir auch eine Frage von Ludger Fittgau vom Deutschlandfunk hier über den Chat schon beantwortet. Oh, wusste ich gar nicht. Ja, das weiß ich. Dann passt es immer mehr. Vielleicht streue ich dann mal eine Frage von Dieter Zürich von der Süddeutschen Zeitung ein, die uns hier per Chat erreicht hat. Haben Sie eine Einschätzung, welchen Anteil die zusätzlichen Hersteller kosten wegen Papiermangels, Lieferkettenproblemen und höherer Energiepreise an Umsatz und Ergebnis ausmachen? Und welchen Anteil geben die Verlage an die Kunden weiter? Heißt wahrscheinlich so viel wie Werden Bücher teurer? Ja, das kann ich als ehemaliger Verlagskaufmann sagen, dass über den Daumen jetzt für den Publikumsverlag macht eigentlich Papier 40 % der Herstellkosten aus. Wenn Sie sagen, das steigt um 50 %, können Sie sich das ungefähr ausrechnen. Wir erleben von der Preisentwicklung, dass eigentlich seit der Euro-Einführung, da haben die Verlage die Preise fair umgerechnet 1,95583, das war ja damals der Umrechnungkurs, wenn Sie sich erinnern, und dann geglättet. Und seitdem ist die Preisentwicklung sehr unspektakulär, folgt im Grunde der Inflationsentwicklung. Ich denke mir, dass jeder Verlag individuell Überlegungen anstellen muss, was er mit seiner Programm- und mit seiner Preispolitik in Zukunft machen wird. Programmpolitik haben wir ja auch schon gesehen, der Rückgang der Titelproduktions-, also der Neuerscheinung, bei gleichzeitig zunehmender Bestseller-Konzentration. Ich denke, dass jedes Haus für sich überlegen muss und wird, was mache ich mit meiner Programmgestaltung, was mache ich mit meiner Preisgestaltung. Ja, zumal die Personalkostensteigerung ja dazukommt, also die macht ja vor unserer Branche nicht Halt, irgendwie netterweise, sondern betrifft uns noch genauso. Und letztlich braucht man ja nur durch den Lebensmittelmarkt seiner Wahl zu gehen und zu gucken, was das, was man schon immer so im Korb hatte, plötzlich an der Kasse kostet. Das beantwortet im Zweifel die Frage indirekt auch. Und vielleicht kann ich da noch mal anknüpfen an die Forderung nach 0% Mehrwertsteuer bei vollem Vorsteuerabzug. Das wäre natürlich ein signifikanter Beitrag, um kostendämpfend hier einzuwirken. Für alle, für jeden Titel, für jeden Verlag, für jeden gleich, für die Buchhändlerin übrigens auch. Und, das darf man nicht vergessen, für die Autorenschaft ebenfalls, da bei Büchern in der Regel ein Honorar auf den Netto-Ladenpreis erzielt wird. Wenn also Brutto gleich Netto-Ladenpreis ist, heißt das automatisch auch höhere Honorare für die Autorinnen und Autoren. Und das heißt, dass wir unserem Bildungs- und Kulturauftrag in Breite weiter verlässlich nachkommen können. Vielen Dank. Weitere Fragen? Von hier aus dem Auditorium oder auch online. Also stellen Sie gerne noch Fragen, wenn Sie möchten. Es kann natürlich sein, dass wir alles so super gut erklärt haben, dass keine Fragen offen sind. Ich habe gerade noch Eier. Hier. Ah, nein. Das Radio reckt schon mal die Hand für das Einzelinterview. Ich habe gerade hier auch noch die Frage bekommen, ob es diese Pressekonferenz auch im Nachhinein noch zum Anschauen gibt. Ja, also wird es auf jeden Fall auf unserer Seite geben. Und wir werden es auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal stellen. Bei Facebook kann man es dann eh gucken. Von daher ist für alles gesorgt, für alle, die nicht dabei sein konnten, die das, was ich jetzt sage, auch gerade gar nicht hören. Vielleicht darf ich noch, Thomas, einen Kommentar abgeben zur Herausforderung jenseits der Zahlen. Uns liegt Lesefähigkeit und Lesevermögen sehr am Herzen. Wir tun sehr viel. Wir machen unglaublich viel in Sachen Leseförderung, weil das auch jetzt für Sie wirtschaftskompetenzmäßig heißt, dass wir Menschen fit machen möchten für komplexere Anforderungen in einer Wissensgesellschaft. Dass dies gemeinsam mit dem Bemühen um möglichst schnelle Klimaneutralität für unsere Branche, bei dem Erhalt der Vielfalt, diese Dinge, die uns antreiben, weil gleichzeitig den Menschen weiterhin Begeisterung vermitteln, für Bücher, für Inhalte, für Entrückung oder Erlebnis oder Fortbildung, dass das jetzt nicht leichter wird vom Hintergrund dieser weltpolitischen, wirtschaftspolitischen Lage, können Sie sich vorstellen. Aber das ist eine Hürde, über die wir gehen müssen. Ich möchte nur noch mal betonen, wie wichtig Lesekompetenz als elementare Kulturtechnik für uns alle ist. Und hier werden wir auch, glaube ich, stärker als bisher wirtschaftspolitisch und mit Arbeitgeberverbänden zusammenarbeiten müssen, damit die Menschen, die künftig anspruchsvollere Jobs erledigen müssen, das auch können. Zwischendurch hat sich noch eine Frage rein geschlichen von Ludger Fittgau vom Deutschlandfunk. Kann man denn sagen, ob die Zahl der Verlage, also ob Verlage auch schließen müssen, ob man da perspektivisch was sagen kann? Da wäre ich im Moment noch vorsichtig, aber ich erfahre das jetzt vor allem bei den kleineren Verlagen, Verlagen, die natürlich auch nie große Reserven haben, bilden können, die auch meistens keinen plötzlichen Bestseller haben, mit dem sie dann wirklich auch mal ein bisschen was thesaurieren können. Es gibt Verlage, die inzwischen schon Subskriptionsmodelle und Kickstarting- und Fundraising-Konzepte gefahren sind. Das tun die ja nicht aus irgendeiner Idee heraus. Ich halte die Szene für kreativ genug und letztlich auch für, jetzt kann man das leidensfähig nennen, man kann das aber auch begeisterungsfähig genug nennen, als dass die nicht per se aufgabebereit sind. Aber die Kristallkugel, wie gesagt, habe ich nicht und eine gewisse Sorge schwebt mir schon durch den Kopf. Deswegen ja auch die Forderung nach struktureller Förderung. Gut, vielen Dank. Letzte Chance, vorbei. Eins, zwei oder drei. Dann freue ich mich, Sie alle auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober wiederzusehen. Genau. Und ich bedanke mich bei allen Gästen hier, bei allen ZuschauerInnen an den Endgeräten. Besuchen Sie uns gern bei www.börsenverein.de slash Buchmarkt, um das gleich nochmal alles nachzulesen und auch abzurufen. Ja, dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag und trotz Krisen und vielleicht auch dunkler Gedanken, Hoffnung und Mut und einen schönen Sommer. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke. Ah, Applaus. Ich hoffe, es geht auch. Untertitelung des ZDF, 2020